Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. Heute mal wieder etwas, also gestern mal wieder etwas verspätet, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie ich es gerade richtig sagen soll, ob gestern oder heute. Auf jeden Fall, leider ist der Part wieder mal verspätet gekommen, weil ich überhaupt keine Zeit habe. Mal wieder. Klausurenphase, yay! Ich freue mich, wenn ich Klausurenphase habe. Dann bin ich so mega glücklich. Weil alles so läuft, wie ich will. Nein, böse Luigi. Bin. Schnellster Tod ever, würde ich behaupten. Okay, ich mache langsam. Keine Sorge. Diesmal wirklich. So, Fenster sind zu. Nachbarn denken nicht, ich schrei sie an oder irgendjemanden. Das ist gut. So, jetzt renne ich noch hier rüber und... Ah, Luigi. Aufpassen. Und mir ist aufgefallen, dass ich im letzten Part öfter Luigi zu... äh, zu Luigi Mario gesagt habe. Es tut mir leid. Aua! Weg mit dir. Und mir ist aufgefallen, dass in Mario Kart 8 kein Knochen-Truck gibt. Ah! Ich bin enttäuscht, Nintendo. Warum? Oh Gott. Oh Gott. Nein, 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 nein. Da wollte ich nicht lang. Hier wollte ich hin, genau. Okay, und wenn ich jetzt hier drauf springe, dann... Ändert sich gleich die Richtung nach oben. Ich kann hier rüber springen. Perfekt. Juhu! Äh, ich bin der Rätselmeister. Warum gibst du mir die Option, nach unten zu springen, Spiel? Ich weiß es nicht. Und warum dreht sich Luigi jetzt im Kreis? Hup! Sasa! Was sagst du denn, Luma? Durch den Einfluss der Dunkelmaterie sind hier und da Löcher im Boden. Pass auf, plötzlich erscheinen die Löcher auf, sonst geht es uns nichts. Oder halt einfach nach unten. Nett von Nintendo, aber... Oh Gott. Das ist gemein. Warum tust du das? Einfach so unsichtbare Blöcke, die man sehen kann, in die Spielwelt zu setzen. Nintendo, das ist nicht nett. Bewegst du dich? Danke. Ich hätte gern das Leben. Einfach deswegen. So, und jetzt rüberspringen und geschafft. Oh Gott, das war knapp. Habe ich so das Gefühl. Ich weiß ja auch nicht, woran... Es liegt... Hilfe! Nein! Leben! Danke. Ich bin jetzt schon bei 26. Wow! Ich bin so... Stolz auf mich. Äh, Luigi. Achso, ich muss. Hä? Oh, ich war nicht an der richtigen Position, natürlich. Okay. Hallo Perspektive. Mein alter Freund. Wie geht es dir heute? Ui! Okay. Ich bleibe hier drauf. Oh Gott. Oh Gott. Luigi. Okay. Jetzt hier runter sliden. Dann knall ich nach rechts unten. Also nach rechts unten. Unten. Es ist richtig. Und jetzt muss ich auf die andere Seite. Damit ich jetzt nach oben knalle. Und jetzt muss ich wieder rum auf die andere Seite. Und sobald ich jetzt hier bin, muss ich da rüber. Ansonsten gerate ich ins Nichts. Und hier stehe ich richtig. Huh. Perfekt. Also das lief wesentlich besser als bei Mario. Ich erinnere mich genau. Ach. Ohne mich. Du gepanzerter Gumba. Oh. Guma. Nimm die Treppe hier. Ne. Ich wäre jetzt einfach hochgesprungen. Hätte ich das geschafft. Ich weiß es nicht. Moment. Das muss ich ausprobieren. Nein. Nein. Luigi. Ich hätte es geschafft. Okay. Kein Problem. Da-dum-dum. Sechs. Kraft. Herzen. Ich weiß nicht. Ah. Ich nehme die Treppe. Vielen Dank. Ich meine, ich würde es auch ohne schaffen. Aber, na egal. Sicher ist sicher. Oh no. Wer könnte das sein? Bossa. Schmeuslige. Bist du auch schon da? Du bist wahrscheinlich würdig, mein Erzfeind zu sein, Luigi. Aber hier endet ein Dasein als mein Erzfeind. Blablabla. Ah. Alles klar. Gut. Den Endkampf habe ich in meinen Kopf eingebrannt. Wie sonst was. Komm schon. Stempfe dich ein. Aua. Er hat mich getroffen. Er hat mich getroffen. Hilfe. Getroffen. Nein. Äh, okay. Er geht hier rum. Er geht hier rum. Er geht hier rum. Gut, dass man das durch das Gitter durchsehen kann, wo er hingeht. Landet. Was auch immer. Oh no. Er schießt Feuer. Oh no. So scary. Gott. Ich stelle mich hier drauf. Keine Lust auszuweichen. Na komm. Stampfattacke. Äh. Hö, hö, hö. Warum? Okay. Das ist mir zu riskant. Stampfattacke. Hö, 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 hö. Oh, der ist so dämlich. Ähm. Und der läuft von mir weg. Alter. Luigi. Warum? Pack dich doch nicht an sowas fest. Oh komm. Er kommt hier rum. Und ich kriege ihn. Ach so. Ich habe hier sowieso fünf Flecken. Habe ich voll vergessen. Oh. Ich dachte, ich wäre gerade eben bei einem gewesen. Oh no. Das ist so schade. Hui. 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 Das ihm sein eigenes Feuer nichts ausmacht. Aber wenn er in Lava fällt, das ihm dann so höllisch weh tut. Baut er auf damit. Guck mal hier. Und er läuft wieder hier rum. Jo. Erster Treffer. Und jetzt hier rum, hier rum, hier rum, hier rum. Und zweiter Treffer. Und dritter Treffer, weil es Nintendo ist. Juhu. 3-3. Die magische Zahl, die nur zweimal vorkommt. Yay. Yay. Hahaha, du bist wahrlich würdig, mein Erzfeind zu sein. Doch genug des Lobes. Während wir uns hier amüsieren, schreitet mein Plan seiner Vollendung entgegen. Jammer schade, Luigi. Ciao. Warum kann er sich teleportieren? Das ist unfair. Hex. Ich kalle Hex. Egal. Luigi hat es auf jeden Fall wieder geschafft. Unser kleiner Held. Unser mini kleiner Held. Und. Naja gut, er schnappt sich einen großen Stern. Ich weiß nicht, was er sagen sollte. Wollte. Dam, 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 badadadam. Großen Sterne halten, Halleluja, und so weiter und so fort. Ich sollte wirklich mal so einen Counter einbauen. Ich sag das wirklich zu oft. Ich muss mich hier darauf konzentrieren, das nicht zu sagen. Das wird spannend. Naja, minimal zumindest. Wir haben einen weiteren Teil des Sternschiffes mit Strom versorgt. Oder natürlich mit Galaxie-Energie. Au, 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 au. So, da können wir jetzt direkt nach oben. Und der Maschinenraum öffnet sich für uns. Erneut. Dam, dam, dam. Ähm, 64 Sterne. Galaxie komplett geil. Ich muss da nie wieder rein und eine Pauseplatte machen. Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Ich würde sagen, wir haben herausgefunden, wo die dir kostbare Person ist. Betrachte die Platte zu deinen Füßen. Oh. Oh, mein Gott. Das ist die Sternkraft, die zum Erreichen deines Ziels dem Zentrum des Universums nötig ist. Wenn du Powersterne zurückholst, nimm diese Zahl ab. Ich baue noch einen. Und wenn sie auf Null sind, wird die Sternwarte auf dem Kometen wieder als Sternschiff fungieren. Dann können wir uns wohl auch dem Zentrum des Universums nähern. Speichern? Ja, auf jeden Fall. Es hat sich jetzt so viel getan. Wir haben einen ganzen Stern eingesammelt. Wow, das ist unglaublich. Wett, ich dachte, ich baue noch einen. Die Kraft des Sternen, äh, der Sternwarte des Kometen ist zurückgekehrt und sie fungiert wieder als Sternenschiff. Unglaublich! Hä? Wett? Ich dachte, ich baue noch einen. Warum? Endlich ist die Zeit gekommen. Gehst du zum Zentrum des Universums, wo dir die kostbare Person wartet? Warte, warte, ich, äh, brauche noch 60 Sterne. Also, Peach kann kurz warten. Ich muss mal kurz eben, äh, Lumas retten und so. Die in, keine Ahnung, mit Truhen eingeschlossen sind oder in Kristallen oder von Bösewichten verschluckt wurden. Oder, äh, einfach nur hinter Parcouren irgendwo rumliegen. Egal. So. Hallo, Lumachen. Ich hätte gerne deine Bonus-Galaxie. Willst du reisen? Reiseziel-Challenge-Ball! Reiseziel-Challenge-Ball! Okay, dann machen wir halt gerade das Schlimmste zum Anfang. Okay, Challenge-Ball! Purzel-Stern-Ball! Wohin willst du? Ich bin sehr gespannt. Ist die Strecke anders? Nein, sie ist gleich. Sie sieht sehr gleich aus. Also, schwer. Nur grüne Sterne in der grünen Galaxie. Wer hätte das gedacht? So. Alles eingesammelt. So. Ganz Vorsicht. Du 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 langsam, auch wenn's lange dauert. Ich nimm irgendwie gerade Gas auf. Ich weiß nicht warum. Aber es passt so gut dazu. Nein! Oh Gott. Luigi, was tust du? Ach genau, hier musste ich Anlauf nehmen. Sonst komm ich nicht hoch. Das reicht nicht aus. Wie soll ich da hochkommen? Okay. So. Alles klar. Gibt's hier irgendwie Bonuszeug, was ich einsammeln kann, wenn ich alles kaputt mache? Das fährt schön. Luigi, bitte nicht runterfallen. Okay, ich muss Anlauf nehmen. Auf die Plätze fertig und gegenjumpen. Hat gepasst. Und gegenjumpen. Kaputt gemacht. Yes! Komm schon, ich will's beim ersten Versuch schaffen. Du 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 du. Okay, egal. Hier einmal Gas nehmen. Ah! Hilfe! 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 Vorsichtig! Nicht auf Speed gehen. Ach, wie mache ich was vor? So bin ich einfach nicht. Oder vielleicht doch. Okay. Du 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 Hier kann ich rüberfahren Es hat geklappt Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Vorsichtig Das ist mir egal, wenn die da irgendwas machen Ich will hier nur durch Ich will hier nur durch Ich will hier nur durch Nein, nein, nein Ah, das lief doch so gut Verdammt Okay, machen wir wieder ein bisschen schneller Es wäre fast wieder unser Untergang gewesen Aber das ist egal Wir schaffen es nämlich schneller Denn wir schaffen es schneller Wow, hallo Deutsch Oder was auch immer ich gesagt habe Kaputt gemacht Ja, das geht schon wesentlich B-b-b-b-b-b-besser Luigi, bitte in die Richtung steuern Wo ich hinsteuere Juhu, Gas geben Und bitte einmal direkt rein So Jetzt einmal kurz Anlauf holen Und ich glaube, hier kann man wirklich Richtig, richtig schnell durchkommen Aber ich schaffe es nicht Aber ich schaffe es nicht So Jetzt warten wir kurz Und gehen hier drauf Ja Nein, 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 nein Nein, 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 nein So Also das ist wirklich der bisher schwerste Sprung, den man machen muss Weil das eine Weil das nicht gerade ist, wo man hoch muss Sondern Kreisrund. Okay. Wir haben es geschafft. Muss ich irgendwas machen? Ich hoffe nicht. Hui! Ich muss mich jetzt nur noch... Sternregen! Sternregen! Was bringt es mir, wenn ich die Tali jetzt einsammle? Du, 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 du. Sie bringen mir Münzen. Okay. Das ist es mir nicht wert. Luigi! Nein! 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 Verdammt! Ah, ernsthaft! Ah, ernsthaft! Und das One-Up eingesammelt, was ich vorhin, glaube ich, vergessen habe. Das ist egal. So, kurz Gas nehmen und hoch. Kurz Gas und hoch. Das hat nicht gereicht, aber egal. So. Und noch das Weide kaputt. Bam! Ah! Ich mag dieses Minispiel wirklich. Ich mag es. Ich liebe es. Auch wenn es nicht so scheinen mag. Es ist unglaublich. Es ist... Es berauscht mein Leben. So ungemein. Wer jetzt wirklich denkt, dass das stimmt, der hat einen kleinen Realitätsverlust. Keine Ahnung, wie ich es dir sagen soll. Aber es ist leider so. So. Geradeaus durch. Nein, 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 nein. Luigi, das machst du nicht. Ja. Du, 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 du. Du, du, du. So. Einmal kurz rübergesprungen und nochmal rübergesprungen und nochmal kurz rübergesprungen und nochmal kurz rübergesprungen. Alter, das ist wirklich der schwerste Sprung hier. Ich meine gerade eben sind... Hu, hu, hu. Weil man immer... Vor allem, weil die Kamera so... Ha, 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 ha. Weil man nicht daran gewöhnt ist, weil man nicht daran gewöhnt ist, weil man nicht daran gewöhnt ist, dass man so weit nach hinten geht mit der Fernbedienung. So, Sternregen, 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 Sternregen. All of my Sterne. Hu, ha, hi, ha, ha, hu, ha. Alter. Luigi. Nein, 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 nein. Oh Gott. Warum tust du sowas mit mir? Spiel, bitte. Nein, nein, nein. Nein, ja, ja. Ah, yes. Ah. Ah, ich bin so froh. Du, 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 du. Wir haben es geschafft. Du, 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 du. Du, 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 du. Tut mir leid. Ich freu mich gerade richtig toll. Es ist gerade wirklich unbeschreiblich schön, diesen Stern gesammelt zu haben. Da, 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 65. Also das ist wirklich der schwerste Stern im ganzen Spiel. Da kann mir jemand sagen, was er will. Das ist der schwerste Punkt. Gespeichert. So. Das war richtig. Du, 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 du. Du, 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 du. So. Das warst du jetzt. Richtig. Der Challenge Ball. Willst du hierhin reißen? Challenge Ball. Ja. Da will ich nicht mehr hin. Nie wieder. Auch wenn es da noch zwei Bonussterne gibt. Definitiv. Nein. Okay. Ich habe blau. Ich muss noch blau und grün einsammeln. Alles klar. Merke ich mir. Challenge Blase. Meinetwegen. Mach ich gerne. Verstanden. Also dann. Auf geht's. Luma Luma. Luma Luma. Hey. Luma Luma. Luma. Hey. Tief am Balder. Ich seh standisch. Was auch immer. Blasenreise durch die Elektrowelt. Ach das. Ich erinnere mich. Ich will mich nicht erinnern. Äh. Okay. Das ging noch vom Schwierigkeitsgrad. Also es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ja. Ich weiß nur nicht mehr, ob ich... Ach ja, genau. Ich muss pusten. Ich weiß nur nicht mehr, ob ich da da auch dran durfte oder ob mich die einfach nur geschoben haben. Ich darf dran. Okay. Alles klar. Dann macht es das Ganze einfacher. Nein, 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 Luigi. Nicht in den Elektrozaun. Okay, du sagst mir an, wo ich lang muss Und jetzt gerade hoch Und da ist schon das Sternteil Was ist meine Motivation Jetzt noch hier rum Okay Also ich war oben links und ich gehe jetzt einfach rechts rum So, nächstes Teil Okay, hier ist die Blase Teil, was sagst du mir an? Okay, ich muss hier lang, alles klar Ich sammle mal kurz die Sternteile ein Bonusleben kann man immer gut gebrauchen Warum sollte ich da drüben lang? Ich mach langsam Tut mir leid, Leute, aber Ich hab keine Lust, das Ganze hier nochmal zu machen Weil das wirklich lange dauert So, nochmal 8 Sternteile Sehr schön Achso, ich dachte der Ich dachte der Aber warum Der Kern wäre direkt da drüben gewesen Ja, das macht natürlich alles anders Husa, Husa, Ho Okay, ganz vorsichtig Hier dran vorbei Warum kriegst du das Sternteil schon jetzt? Das irritiert mich Spielen mach sowas nicht Warum sollte ich jetzt so verrückt sein und mir dieses Teil holen wollen? Nein Oh Gott Feuer Ja, gut Das dritte hab ich mir gesammelt Und jetzt kommt das Feather Hey, warum ist das? Ich höre Feuer Anna, hier Feuer Nee, ich hol mir das definitiv nicht Ich muss einfach nur hier rum Warum sollte ich mir diese Münze holen? Hey, ganz vorsichtig hier rum Und Feuer Jetzt kommt nur noch das letzte Teil Na, komm schon Luigi Bitte reingehen, danke Und hier muss ich einfach nur Auch wieder vorsichtig machen Okay, ich bewege mich kaum Ich sammle trotzdem die Sternteile ein Hier ist ein Extra-Leben Für die Die es nicht beim Anfang direkt schaffen Also nicht für mich Denn ich schaff's ja direkt Okay Gas geben Oh Gott Okay, jetzt muss ich noch durchkommen Nope Wo ist das Teil, wo ich hin muss? Ich weiß es nicht Ich hab's nicht gesehen Vielleicht ist es hier oben Das würde Sinn machen Ja Alles eingesammelt Fast So Auf in der Mordstern Und wir landen WTF Was ist hier los? Es geht noch weiter Nein Nein Wie gemein Was macht man nicht? Spiel Warum tust du sowas mit mir? Oh Gott Much Panic Nein, 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 nein Okay Ich hab Zeit Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so durchgerusht bin Ah, deswegen Guck in Willis Hilfe Nein, 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 nein Nicht da lang Nicht da lang Nein, 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 ha, verdammte Hacke Ah, ich habe erst die Hälfte geschafft oder so Nein Es gab kein Checkpoint Verdammte Hacke Oh Gott, gut, dass gerade das Teil gestreikt hat Okay Also bis die Kugelwillis hier durch sind, dauert es eine Weile Ich sammle mir trotzdem jetzt das Bonusleben hier ein Warte kurz Geh weiter Da kommt ein Kugelwillis, das ist in Ordnung Das darf er Nein Ich Idiot Das ist wirklich leicht Das ist mir noch nie passiert Ich habe auf dem Popfilter gespuckt Egal Tut mir leid Das macht mir jetzt wirklich zu schaffen Anscheinend So, Popfilter sauber So, dann jetzt auch mal wieder Richtig Wollte ich sagen Nein Nur EG Warum Egal, ich habe ja noch 33 im Leben 32 Verdammte Hacke Verdammte Hacke Warum Es lief doch beim ersten Mal so verdammt gut Hä Okay Memo an mich Pfeile sind auch Zerstechbar Äh Zerstech Teilwürdig Egal Bitte einmal hier rum Oh Gott Oh Gott, das war knapp Oh Gott, das ist auch knapp Oh Gott, hier geht es lang Oh Gott So much skill So much skill Okay, keine Sorge Ich komme hier durch Ich komme hier durch Kugelwillis können mir nichts anhaben Oh Gott Er kommt hinterher Oh Gott Er ist so ein Skiller Oh Gott, warum ist hier ein Kugelwilli Warum ist hier ein Kugelwilli Warum ist hier ein Kugelwilli Ich habe ein Bonusleben Ich habe ein Bonusleben Lass mich in Ruhe Oh Gott Oh Gott Oh Gott Da ist der Stern Stern Yes Da hat ein Teil gefehlt Oder habe ich das nicht gehört Oder war das ein Audio-Skip Das hätte ich auch noch nie gehabt Das wäre in der Tat doof Aber egal 66 Sterne Galaxie komplett Und jetzt müssen wir nur noch das Blaue machen Surfen Falls ich mich richtig erinnere Gespeichert Ja, das ist schön und gut Das war auch schwer Also die Grünsteine sind bisher wirklich eine Herausforderung Insofern ist es eigentlich auch nicht so schwer Wenn man sich ein bisschen Zeit lässt Außer jetzt bei den Blauen Denn da muss man schnell sein Wenn ich es richtig in Erinnerung habe Denn das ist Surfen Auch wenn Naja gut Mantarochen reiten Meinetwegen Es ist eher Mantarochen reiten Ja Wie man ein Surfer wird Indem man Mario Galaxy spielt Super Mario Galaxy Tut mir leid Und wir sind schon bei 20 Minuten Aufnahmezeit Wow Halleluja Das ging schnell Wie man ein Surfer wird Meine Damen und Herren Wie man ein Surfer wird Blubbi blub Und ich habe doch gesehen Dass es hier hinten lang geht Deswegen gehe ich ja auch mal kurz hin Und Was Erinnere dich An die Steuerung des Surfrochens Meinetwegen Mach ich gleich Typi Was gibts Jo Bonusleben eingesammelt Und ich kann wieder mal sterben Wenn ich Lust habe Ich habe aber keine Lust Denn ich will es beim ersten Mal rocken Was ich nicht geschafft habe Alter Schwede Okay Okay Ich habe ja immer Definitiven Bonusleben Direkt von Anfang an Also Ich habe genug Versuche Zeit Und der Part geht auch noch 40 Minuten Also kein Problem Zwei Bonusleben direkt von Anfang an Ich fliege Und da wäre noch ein Bonusleben gewesen Was ich jetzt allerdings verpasst habe Schade Das ist so traurig Ich kann nicht steuern Hilfe Das ist sowas von eng hier Ich weiß nicht wohin soll Ob nach links oder nach rechts Nein Bitte nicht runterfallen Danke Okay Das wird Das sieht gut aus Ich könnte es tatsächlich schaffen Nein 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 Hätte ich das bloß nicht gesagt Okay Ganz vorsichtig Luigi bitte Fahr jetzt einfach Nur ins Ziel Eine Minute acht Halleluja Oh ne Eine Minute acht So eine Zeit ist nicht leicht zu erreichen Doch Ich habe es gerade beim Zweiten Dritten Zweiten Glaube ich Gemacht Alle wollen dich treffen Also geh und begrüße sie Ja okay Dann spreche ich halt erstmal mit den Pingus Moment mal Wo komme ich da drüben hin Das will ich wissen Hui Alles klar Alles klar WTF Du bist wahrlich der Champion Wie viele Sterne kann man hier sammeln Noch mehr Zeug Oh noch mehr Sterne Alter Alter Mehr Sterne Was gibt es hier noch alles Komm Noch mehr Sterne WTF Nein Nicht alle bekommen Nicht alle bekommen Nein Na gut Mir soll es recht sein 156 Sterne in einem Run Alter Schwede Hammer Das muss ich mir vormerken 156 Sterne Und dafür einfach nur mal surfen Das ist nicht schlecht Also falls ich mal wieder in Sternenland bin Ich weiß wo ich hingehe 67 Galaxie komplett Bestpunktzahl 156 Sterne Alter Also der nächste Gumeluma kann kommen Ich bin vorbereitet Gespeichert Und damit Bist du doch eigentlich jetzt abgeschlossen oder nicht Äh Wie gehe ich nochmal in die Das definitiv nicht Äh Wie gehe ich nochmal in die Ego Perspektive Ähm Ego Perspektive Ach genau So Hallo Texturen Ihr seht so verwischen aus heute Warum wirst du immer noch als neu angezeigt Ich bin verwirrt Ich dachte ich hätte jetzt schon alle Hier gibt es doch nichts mehr Na gut Dann bin ich halt wieder Eine Warbröhre Oh mein Gott Ne äh Ich rede nochmal kurz mit dem Von Baron Luma Stern Von Luma Ja ja Hier ist die Karte Liste bitte Ja bin ich doch Es ist schon alles fertig Was will das Teil von mir Egal Gehen wir jetzt einfach mal Äh Weiter Es gibt eine neue Galaxie Für uns zu erkunden Und theoretisch auch noch Bilderbücher Aber ich habe immer noch nicht nachgeworfen Ob es neue sind Ob das alte sind Ob das was auch immer sind Ich weiß es nicht Ich würde bitte gerne nach oben Luigi Danke Ich meine Danke So Der Maschinenraum ist über uns Juhu Ich bin über dem Maschinenraum Das war knapp Luigi Luigi Ich weiß nicht Was ich sagen soll Fallen lassen Und eine Verbindung Freigeschaltet Für die extra faulen Damit man nicht immer wieder Hochlaufen muss Habe ich glaube ich Auch bei Mario nicht gemacht Ich weiß nicht warum Oder ich habe es einfach Nicht gesehen Oder nicht erkannt Oder Blablabla Was auch immer Auf jeden Fall Aus irgendeinem Grund Habe ich es nicht gemacht Das war's Scheiße dumm Ich bin so blöd Warum bist du einfach nur So scheiße Mann du Reiß dich mal Zusammen Warum ist das heute So ein Single Part Ich bin auch gar nicht In der Stimmung dafür Ich bin mega mies Gelaunt Äh Wir haben ihre Basis an der Front Die Schädelheil Galaxie Direkt glaube ich Ein kleiner Endboss Wenn ich mich richtig erinnere Und ich glaube Naja gut Ich will ihn einfach nicht Im nächsten Part besiegen Weil ich gerade in der Steuerung Ein bisschen drin bin Von daher Bitte lasst mir die Zeit Und ja Ding ins Kirchen Der Stern Der Stern und die Skeletteie Ich wollte gerade Irgendwie Stern Skeletteie sagen Weiß nicht Keine Ahnung Oh 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 Sternteile Sternteile Mehr Sternteile Wo sind sie Oh Okay Das war's dann anscheinend schon Toads Seid ihr irgendwo Hier in der Nähe Nein Die haben es eigentlich Recht schön hier drin Guckt euch das mal an Äh Falsche Richtung So Jetzt dürfte ich ja Direkt drüber stehen So Jetzt bitte einmal Nach unten gucken Ja Das sieht schon ganz Gemütlich aus Würde ich behaupten Warum Geht das manchmal nicht Okay Jeder hat sein eigenes Kommandopult Und es gibt Oh je Es gibt einen Tisch Und vier Sitzplätze Alles klar Ne egal Was soll es Das hinnert mich Irgendwie stark an Kingdom Hearts Ich will nichts sagen Aber ist so Wer sich dran erinnert Ariel Und nein Dazu wird nie ein Let's Play kommen Weil Weil Square Enix Es nicht erlaubt Ich wollte was Gemeines sagen Aber nein Square Enix erlaubt Es einfach nicht Aber ich würde es gerne Nochmal spielen Von daher Ist es für mich Nicht so das Problem Dass wenn Das irgendwann erlaubt wird Dass ich es dann mache Aber ich denke Dann werde ich von Anfang an Die Remake Version nehmen Weil die schon etwas Schöner aussieht Also für die PS Drei Bitte F Ähm Ich hätte gerne Panzer da Dann Münze Ich bin schneller als der Hai Wo ist der übrigens Ach da drüben Ich sollte mein Zielrohr Zielfernrohr Verwenden Dritter Treffer So Jetzt müsste er doch Eigentlich bald tot sein Ne Er ist im Rage Mode Noch mehr Teile Oh Gott Ich sollte mich beeilen Nein 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 Mario Das war Ein schlechter Ein schlechter Manöver Oh Gott Warum Nein 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 Okay wir sind tot Warum hast du den Pilz Nicht eingesammelt Das war doof Das war richtig doof Jetzt müssen wir alles Von vorne machen Mann Mario Alter Okay Ich hätte auch einfach Nur durch die Blase Schwimmen können Das wäre auch Möglich gewesen Aber ich wollte einfach nicht Ich weiß nicht warum Egal Vielleicht weil es keine Nennihe gab Vielleicht deswegen ja Ich bin mir sicher Dass es deswegen war Aber diesmal bin ich einfach nicht so dämlich Und äh Ja Schwimmen direkt in den Reihen Warum muss ich gerade gehen I don't know Ich bin so dämlich Und schwimmen in den Reihen Tja Der beste einer Wo ist jetzt der nächste Panzer Den ich verwenden kann Erstmal schnapp ich mir Luft Äh Ich dachte ich schnapp mir Luft Aber anscheinend Habe ich doch keine Lust auf Luft Deswegen Ja Alter Lass das Äh Wo ist der hin Ach so da ist er Ähm Wo Finde ich jetzt den Panzer Da Moment ist das ein Roter Das ist ein Roter Warum findet er sein Ziel nicht Nau Turbo Speed Boost Power of Darkness Speed Du hast dein Ziel wieder nicht gefunden Okay Autsch Oder nicht Autsch Ich weiß es nicht Ich schnapp mir jetzt erstmal Dieses Bonus Leben Teil Geht doch Jetzt kann ich auch mal ruhig Ein bisschen Luft verlieren Und hab's nicht immer so Verdammt knapp bis zur nächsten Blase Die ich dann wieder verpasse Ehrenrunde Okay Ich muss mir eine andere suchen Eine die ich leicht erreichen kann Da gibt's noch eine Komm schon Ja Okay Jetzt muss ich mir auch wieder den Hai suchen Das ist aber kein Problem So fett wie der ist Komm schon Hai Wo bist du Ich seh deine Flosse Ja Ich seh dich Du kannst nicht entkommen Das dauert zwar immer eine Weile Oh Gott Hier nicht durch Aber ist ja auch irgendwie gemein Ich hab eine kürzere Strecke Die fliegen Muss Warum treff ich nicht Warum hab ich grad eben getroffen So jetzt Äh Erstmal wieder Luft sammeln Jo Erster Treffer Mal wieder Seit langem Da wieder ein Panzer Ich schnapp mir denn Luftblase Bevor ich irgendwas mache Durchsäune Ich hab sie verpasst Zweiter Treffer Luftblase Nein Erstmal Rage Mode Auch wenn er sich überhaupt nicht unterscheidet Außer dass er halt mehr Sachen loslässt Oh Gott 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 Warum verpasse ich diese Blase immer Ich hab keine Ahnung Ich weiß es nicht Und ich bräuchte so langsam Luft 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 Geht doch Oh Gott Oh Gott Mann 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 Was ist hier los Ich hatte doch gerade Gerade Keine Probleme damit Du 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 Es hat nicht geklappt Ähm Ich suche einen Panzer Ich habe einen Panzer Und ich bin ganz knapp im Teil ausgerichtet Wie auch immer ich das gerade getan hab Warum treffe ich nicht Das war doch ein perfekter Kopftreffer Ich glaube ich weiß warum ich so nah herangeschwommen bin Ja So ich brauche jetzt erstmal wieder Luft Wo ist Luft Ich finde keine Luft Äh Mario das war eine ganz schlechte Idee Das war eine gute Idee Okay jetzt brauche ich noch einen Panzer Der ist da drin Nein Luigi Entschuldigung Ich habe schon wieder Mario gesagt Ich weiß Und bitte schnapp dir jetzt einen Panzer Und diese Luftblase Die willst du anscheinend nicht Aber das ist mir egal So kann ich jetzt bitte die nächste Blase haben Wo zum Teufel bin ich Wo ist die Luftblase Wo sind die Luftblasen Alter Das ist gemein Wo zum Teufel waren die jetzt alle Unterwasser kämpfe Ich hasse sie Aber ernsthaft was ist hier los Da waren jetzt überhaupt gar keine mehr Sag bloß dass die an den Zinken nicht nachkommen Dann hebe ich mir die bis zum Ende auf Ich glaube es ist so So kleine Ehrenrunde drehen Damit ich ein bisschen Abstand habe Verfolgen Das war daneben Ich hätte gerne noch einen Panzer Irgendwo Danke bitte Hallo Spiel Ähm Dich sammel ich mal ein Dich Panzer hätte ich gerne Warum Das war ein perfekter Treffer Spätestens das jetzt So kann keiner was sagen Mann Echt das ist nervig Das ist richtig nervig Dass ich einfach nicht treffe Auch wenn der Zielscheinwerfer Dängelskirchen Des anzeigt Ich meine, da könnte ich ja nämlich immer was dafür Es ist einfach nur die Perspektive, die dann so beschissen reagiert Fisch, wo bist du? Ich hab keine Ahnung Deswegen sammle ich mir einfach mal die Gratisluft ein Oder auch nicht Yes Ich hätte gerne den Fisch von mir Von mir nicht hinter mir Was ist das für ein Scheißsong, den ich da singe? So, zweiter Treffer Geh doch Gegriffen, abgegriffen und Ding ins Kirchen Und, äh, da seh ich doch die Flosse Und da hab ich jetzt auch noch ein paar Sternteile eingesammelt Juhu Komm schon Treff, ja Und diesen, äh, Münzen will ich grad noch nicht einsammeln Oder will ich die einsammeln? Ich weiß es nicht Auf jeden Fall muss ich jetzt noch wahrscheinlich zwei oder dreimal treffen Ich habe die Münze eingesammelt Anscheinend So, ich bin vollgeheilt Ich habe volle Luft Ich habe ein Panzer So, eigentlich alles optimal Und warum fliegt der Panzer immer so ewig scheiße weit weg Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht Ja, ich glaube, verfolgen ist wirklich die beste Taktik, die man hier haben kann Ja, getroffen Und ich habe hier einen Panzer gesehen Äh, endlich Alter, habe ich dafür jetzt wirklich zehn Minuten gebraucht Oh Gott, jetzt skripiere ich wegen Mangel an Luft Dann haben wir aber ein Problem Denn wir sind bei Knapp 45 Minuten angekommen Und ich habe jetzt keine Ahnung, welche Galaxie ich jetzt machen soll Weil, ich weiß nicht Die dauern jetzt ja alle länger Und ich will sie gerne immer an einem Stück haben Na komm, machen wir so lange einfach noch den Herbstwald Bis ich eine Stunde voll habe Wir holen uns heute Was die Mondhasen suchen Wahrscheinlich einen Stern Ich bin mir aber nicht sicher Ich glaube, wir müssen ihn später fangen Und ich glaube, wir müssen den da auch fangen Ich glaube, das will ich nicht Aha Das ist die gleiche Map wie ganz am Anfang, nur umgekehrt Also spiegelverkehrt Ich habe es erkannt Wir hassen so nach den blauen Sternchips, aber wir finden keine Das ist schön für euch Hasen Moment, sie ist nicht ganz gleich In der richtigen Welt war hier nämlich Muss man hochspringen Um hier hochzukommen Also generell Aus dem Weg Aus dem Weg Aus Alter, das hat dir getan Piranha-Pflanze Aus dem Weg Da hinten sehe ich Sternteile Die will ich haben Da hinten sehe ich noch mehr Sternteile Ich sehe sie nicht, aber Moment Wer ist da hinten? Niemand Habe ich mir noch eingebildet Alles klar, gut Ich sehe nichts, Luigi Danke Ich sehe hier immer noch nichts, aber na gut Wie komme ich nach da oben? So nicht Okay Okay Nicht okay Ah, jetzt Okay So geht's natürlich Äh, Tübi, was ist mit dir? Ich könnte schwören, ich habe die blauen Sternchips hier irgendwo gesehen Ähm Ja, jetzt habe ich schon zwei Also kann ich davon ausgehen, dass die überall wo ein Hase ist, ein Sternspinner nähe ist Und ja, dann gehe ich jetzt mal hier hin Da müsste ja auch einer sein In der Kiste ist es wahrscheinlich Ha, ich bin gut Ich bin Gön Kaputt gemacht Mach Nee, da tut mir nichts, ich tue ihm auch nichts Okay, gut Ich glaube, die anderen Käfer haben mir auch nichts getan, aber Die Hasen suchen irgendwas Ich Vollspaten Ich mega, 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 mega Vollspaten Ja, das wollte ich sagen Gott Ernsthaft Peinlich Peinlich Egal, den lasse ich da Tut mir leid, ich muss ihn nur kurz durch Juhu Ich wollte eine Stammattacke machen, danke Luigi So Das noch runter Und das noch runter Und Der Wurfstern Und das oben So, zweites gesammelt Wir schnappen uns den in der Kiste Und Haben den dritten eingesammelt Perfekt Jetzt Nehmen wir ein bisschen Anlauf Geben Gas Lassen uns diesmal nicht von einem Stein treffen In dem wir absichtlich reinrennen Hab ich das gerade Okay, wir haben es nicht auf Kamera aufgezeichnet Aber wir haben es gesehen Alter Ist dieses Spiel brutal Schön Also, ja Bedingt Ihr wisst, was ich meine Glaube ich Äh, ich würde gerne, dass sie einschampfen Okay Ah Nettes Teil Tut mir leid Tut mir leid, ich will dich nicht Du Ich hab vergessen, wie ihr Teile heißt Tut mir leid Einmal kurz hier rum Geh Was ist mit der Biene los? Die Hasen von diesem Planeten kommen oft zu Besuch hierher Alles klar, warum Liegst du da so tot da? Das Missfällt mir Idiot Doof, Luigi Komm nochmal Oh, da ist ein L Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen Das kann mir keiner wegnehmen War hier nicht auf der Rückseite noch ein versteckter Stern Teil Steil Stern Wenn ich hier einfach hochfliege Nein Nein Alter Okay, das probier ich nochmal Ich weiß, das dauert jetzt ein klein bisschen Aber was soll's Ihr seid's ja gewöhnt von mir Dass ich etwas länger brauche Glaube ich Bin mir nicht sicher Das dürft ihr jetzt eigentlich schaffen Nein, Luigi Bitte nochmal nach oben Und Absprung Nee Okay Komm schon Rückwärtssalto Und nach oben Nein, 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 nein Oh, wenn du wenigstens auf Land landen würdest Dann wäre das nicht so Ärgerlich Ich versuche meine Sprache Und Ausdrücke zu verbessern Ich versuche es Das heißt nicht, dass ich es schaffe Was gibt's hier? Juhu Sternteile Nichts als Sternteile Da freue ich mich doch Nee, das wird nix Es wird einfach nix Ich kann machen, was ich will Nein, Luigi Bitte lande Gut Egal, gut Dann schaffen wir es halt nicht darüber Ist auch in Ordnung Juhu 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 Wieso braucht man Ich brauch die Biene doch gar nicht Ich kann einfach an der Seite hochlaufen Das wollte ich nicht Tut mir leid Wiggler Das wollte ich wirklich nicht Bitte nicht böse sein Äh, wo muss ich hin? Muss ich ernsthaft den Wiggler töten? Nein Ich will den Wiggler nicht töten Sind wir hier drüben? Alter Wie böse Spiel, das ist nicht nett Ja, hier ist eins Aber ich muss jetzt nicht den Wiggler töten Das fände ich ziemlich gemein Ähm Okay, so geht das Nee Anscheinend muss ich den Wiggler nicht töten Ich hab ihn jetzt einfach so umgebracht Alter, bin ich ein Arsch Äh Wo muss ich hin? Okay Niau Niau Flieg, 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 flieg Okay Geschafft Ganz knapp Das ist ein Anzeichen dafür Dass man nicht hier sein sollte Wenn man's knapp schafft Flieg, Luigi, flieg Sehe ich irgendetwas Was ich sonst nicht sehe Ich war doch jetzt theoretisch schon überall Oh nee Oben drauf noch nicht Das war knapp Ich schätze aber Ich soll hier auch nicht sein Von daher Hm Oder soll ich hier sein? Ich hab keine Ahnung Nein Egal Es ist wahrscheinlich sowieso gewollt Dass ich das nicht habe Okay Dann geh ich einmal hier lang Dann geh ich einmal da lang Und dann ist hier eine Sackgasse Okay Dann geh ich nicht hier lang Dann geh ich da drüben lang Schnapp mir dieses Teil Sobald der Stein vorbei ist Powerstern Yeah man Komm schon Yes Alle gesammelt Alle kaputt gemacht Zumindest Alle gesammelt Nicht wirklich Toll Also kann ich hier nur Sterne Sternteile Farmen Das hat's ja jetzt Nicht so gebracht Und wo muss ich hin? Da drüben hab ich definitiv alles Denke ich Hoffe ich weiß ich nicht Ich probier einfach mal Hier drüber zu jumpen Es geht Wie soll ich hier hinkommen? Spiel Wo sind die Sternenchips? Hm Keine Ahnung Vielleicht da? Ernsthaft Okay Das war Leicht doof Leicht doof Aber ich hab ein paar Viele Sternteile gesammelt Das ist doch auch schön Die Frage ist jetzt nur Wohin muss ich dann Wenn ich alle habe? Natürlich Okay Macht Sinn So Bitte Luigi Bitte lass jetzt nicht Von dem Stein treffen Und ins Jenseits katapultieren Dum 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 Der Käfer lebt wieder Hoho Ich kann fliegen Äh okay Leicht kompliziert Aber es funktioniert Und ich rate jetzt müssen wir dich fangen Glaubst du du kannst mich fangen? Ne Glaub ich nicht Kann man den hier mit den Äh Punching Bags Stun Also ich bin auf jeden Fall schneller Das Irgendwann werde ich ihn fangen Und das irgendwann ist halt jetzt Ich habe verloren Dafür gebe ich dir diesen Stern Also die Sternteile sammeln War schwieriger als diesen Hasen Hä was ist das? Gab es die schon mal vorher? Und was mache ich hier mit? Alles klar Okay Aber ich sehe jetzt nicht wirklich was mir das bringt Vielleicht beim Hasen irgendwas Dass er Nicht überall hinlaufen kann Aber naja gut Egal auf jeden Fall ist es möglich Und die Zeit läuft anscheinend doch ab Oh no Oh no Die Zeit Die Zeit Leute Ba da da Ich habe übrigens nicht den Sprungknopf gedrückt Ba da 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 Seltsamerweise Es sind die Plattformen glaube ich ein Stück höher gegangen Als Runter Sehr seltsam Egal Damit haben wir unseren 69 Stern Nice Und neue Bestpunktzahl Wie immer Speichern Ja meinetwegen Wir sind jetzt bei Einer Minute Äh einer Stunde Und knapp zwei Minuten Ich weiß nicht wie viel ich davor Aufgenommen habe Also Ich nehme ja schon noch Immer ein bisschen davor auf Wegen Tod Brief Dingens Kirchen Das wollt ihr ja nicht immer sehen Und ja Vielleicht schneide ich das einfach dahinter Ich weiß es nicht Es ist einfach nur mehr Gesinge Und ich glaube ihr habt Für diesen Part auf jeden Fall schon genug Gesang Von mir gehabt Also ja Na ja gut Dann war es auf jeden Fall wieder Für diese Das war es dann auf jeden Fall wieder Für diese Woche Wir sehen uns Äh Was ich sagen wollte war Wir sehen uns dann nächste Woche wieder Und bis dahin Ciao ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal